Die junge Frau auf Reha ging, sie hatte ein Problem. Ihr Busen war etwas zu klein, sie meint man kann nicht sehen. Ihr Busen ist doch nicht so klein, ich konnte sie nicht verstehen. Liane hieß die junge Frau, die dich Problem gehabt. A Reha fand sie Freunde und die bat sie um Rat. Heiko und auch Alex, so hießen diese zwei. Sie gaben dieser Frau nen Tipp und grinsten nebenbei. Rote Gummibären, die lösen dein Problem. Rote Gummibären, da wird dein Busen größer, das wirst du dann schon sehen. Rote Gummibären, am Tag so 50 Stück. Da wird dein Busen größer und du wirst auch nicht dick. Rote Gummibären, rote müssen sein. Rote Gummibären, rote müssen sein. Nicht die gelben, grünen, nicht die blauen, weißen. Willst du an größeren Busen haben, dann musst du die roten beißen. Rote Gummibären, die lösen dein Problem. Da wird dein Busen größer, das wirst du dann schon sehen. Rote Gummibären, rote Gummibären, rote müssen sein. Rote Gummibären, rote müssen sein. Rote Gummibären, rote müssen sein. Rote Gummibären, rote müssen sein.